Was ist die Lösung für die Lösung? Welche Opfergruppen produzieren? Im Gegenteil. Viele von Ihnen kennen meine Vorträge und mein innerer Wunsch ist eine virtuelle Großdemonstration, wo wir alle auf die Straße gehen, in Berlin am besten, aber alle. Von Hartz IV bis hin zu den Vorständen der Banken über die Politiker, sämtliche Bundestagsabgeordnete, Frau Merkel, wo wir zwischendrin, wo sie hingehört, sie ist ja auch Volk. Und alle, die sie da sind, inklusive Bundeswehr und Polizei und Feuerwehr mit rechtem Uniform und dann demonstrieren sie dagegen. Und da muss man irgendwo mal fragen, gegen wen demonstrieren wir ja eigentlich, sind ja alle da. Und dann stellen wir fest, es ist relativ schwer, einen personifizierten Täter zu isolieren und zu sagen, ah, der ist schuld. Denn schuld ist immer so eine ganz eigenartige Frage. Wer ist schuld? Es geht nicht um schuld, es geht darum vor allem zu lernen aus der Situation und wir haben eine unglaubliche Situation, eine historische Chance. Auch wenn ich glaube, dass die Krise tatsächlich jetzt auf uns zukommen kann. Denn, machen wir uns nichts vor, wir haben ja noch keine. Wir sind ja in einer historisch einmaligen Chance, dass wir keine Krise haben, aber schon wissen, dass wir eine haben werden. Das, was uns als Krise verkauft wird, die älteren Mitbürger wissen, was eine Krise ist. Das tut nämlich weh, weil man Hunger hat zum Beispiel. Wir haben keine Krise. Wir haben eine funktionierende Wirtschaft, wie sinnvoll oder sinnlos sie ist, das lassen wir uns mal dahingestellt sein, da komme ich gleich drauf. Die Läden und die Regale biegen sich vor Produkten. Wir haben auch Geld ohne Ende. Es ist nicht viel zu wenig Geld, da ist genug da. Es ist nicht offensichtlich ein Verteilungsschlüssel, wo wir darüber diskutieren müssen, aber grundsätzlich ist erstmal alles in Ordnung. Und wozu führt ein solches System, was wir hier haben, was zu einer Umverteilung führt und da liegt die eigentliche Ursache. Und da möchte ich jetzt anfangen, um nicht zu viel jetzt im Vorfeld zu machen, um dann noch ein bisschen ins Detail und auch Fragen zu beantworten. Der Begriff Vermögensteuer ist für viele Menschen ein Reizwort. Besonders in den Kreisen, in denen ich in meinem beruflichen Leben lange verkehrt habe. Dabei haben wir eine Vermögensteuer. Wir haben eine unglaubliche Vermögensteuer. Übrigens, diese Vermögensteuer macht ungefähr einen Betrag von 400 Milliarden Euro pro Jahr aus. Das ist nämlich die Steuer, die jedes Jahr an die Vermögenden fließt. Das ist ja eine Vermögensteuer für Vermögende. Diese 400 Milliarden Euro, die jedes Jahr an die Vermögenden fließen, entsprechen, um sich das besser vorstellen zu kennen, ca. 2 Millionen Eigenheime. Also noch größer als Quitten, jetzt braucht man viel Fantasie, noch größer. Um sich das als Geld vorzustellen, das kennen einige von Ihnen, das soll ein Fußballfeld sein mit Europaletten und 2 Meter hoch, darauf sind 100 Euro Scheine gestapelt. Das ist also der Vermögenstransfer im Rahmen der Vermögensteuer, der jedes Jahr, das ist also übrigens so viel wie der Bundeshaushalt sogar noch mehr, quasi tatsächlich wechselt. Leistungslos wechselt. Das ist nämlich eine Steuer, eine Vermögensteuer. Weil ich höre sehr oft die Problematik des Schmarotzers. Ich habe neulich wieder mit jemandem gesprochen aus meinem jemaligen Berufsleben, der sagte zu mir, er kennt mehrere Hartz-IV-Leute, die wollen gar nicht arbeiten. Und das sind dann für ihn Schmarotzer. Ich habe gesagt, weißt du, der Hartz-IV-Etat macht 24 Milliarden Euro im Jahr aus. Und das macht ja sein, dass du recht hast. Aber das Bankenrettungspaket macht ein paar hundert Milliarden aus. Wer ist eigentlich überhaupt Schmarotzer, wenn wir darüber reden sollten, wenn wir überhaupt mit solchen Vokabeln arbeiten? Wer ist denn Schmarotzer? Also das muss man mal ganz deutlich nachfassen. Die Idee ist dabei nicht darum, die Banker jetzt als böse zu bezeichnen, denn das sind auch wieder nur Figuren in dem System. Der Banker, den Sie kennen, der leidet mehr als die meisten anderen. Die konnten sich nämlich selbst nicht vorstellen, dass ihre Chefs und deren darüber stehenden Organisationen, die übrigens dann irgendwann nicht mehr Menschen sind, sondern Kapitalgesellschaften. Ich bin übrigens der Meinung, in der Natur hat sich die Geburt bewährt. Und ich finde, Personen sollten immer geboren werden und nicht per Eröffnungsbilanz gegründet. Damit wird auch gleich meiner Einstellung zu Kapitalgesellschaften klar. Weil kein Herz und keine Seele drin ist und man über solche Konstruktionen natürlich auch die perfidesten Modelle gestalten kann, weil ja keiner dafür sich in die Augen sehen muss, weil es ist eine Konstruktion. Und jeder kann sagen, ich bin ja untergeordnet und ich kann ja nichts dafür. Eines der berühmtesten Geschichten. Ich habe es ja nicht gewusst. Diese Zahler zahlen also 400 Milliarden Euro jedes Jahr an die Empfänger. Das ist die Vermögensteuer. Nun muss man sich das natürlich ganz anders vorstellen. Da gibt es natürlich jemanden, der das Ganze überwacht, dass das auch alles ordnungsgemäß vonstatten geht. Das nennt sich dann, ja es ist eine blöde Sache, das nennt sich Staat. Aber manche sagen auch Regierung. Da gibt es natürlich einen riesen Unterschied. Der Staat sind wir. Die Regierung nicht unbedingt. Da muss man sehr deutlich unterscheiden. Es gibt aber Menschen, die sagen, wir sind die Regierung und wir vertreten die Interessen des Staates, also der Menschen. Ich bin ein Mensch, der sich für einen Staat einsetzt, für einen funktionierenden Staat, für Infrastruktur. Ich bin nicht der Mensch, der sich für die völlige, uneingeschränkte sogenannte Freiheit, weil die Modelle laufen auch momentan sehr, sehr stark einsetzt. Die sagen, alles ist frei. Jedes und alles. Das kann nicht funktionieren, weil in einer ordentlichen Staat, wir können das Ganze runter reduzieren auf ein einziges Gesetz mit einem Paragraphen, den meine Oma immer zu mir sagte, wenn du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das würde reichen. Wir können die zehn Gebote schon mal streichen, weil das reicht, das ist ja alles schon mit drin. Und unterm Strich gesehen, bin ich trotzdem für ein gesetzliches Zahlungsmittel, weil Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind und zumindest in der Übergangsphase wir einen funktionierenden Staat brauchen, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, was wir heute Regierung nennen. Wer über eine Million hat, Wolfgang Berger hat es gerade wunderbar gesagt, der ist ungefähr in der Situation, dass er von der Vermögensteuer partizipiert. Ab einer Million Vermögen bekommt man die Vermögensteuer, und wenn man kein Kapital hat, dann zahlt man die Vermögensteuer. Es gibt eine Statistik, die sagt vom Statistischen Bundesamt, aber ich glaube es merkt trotzdem jetzt an dieser Stelle, wir haben also, jeder normale Durchschnittshaushalt hat 25.000 Euro im Jahr Haushaltskosten. Das ist das, was er im Jahr so ausgibt, für den normalen Haushalt. Und wir wissen, dass ungefähr, Wolfgang Berger ist mit 50 Prozent, wahrscheinlich hat er eher recht als ich, ich bin nur mit 40 Prozent rangegangen, weil ich will das in den offiziellen Daten noch behalten, die auch so beweisbar sind, selbst von allen Ämtern, aber real ist es höher, das stimmt. Das heißt, in allen Kosten, die jeder Mensch ausgibt, befinden sich ungefähr 40 Prozent Steuern, die in allen Produkten, die wir kaufen, logischerweise drin sind. Wir wissen das alles, Produkte sind logischerweise alle in irgendeiner Form finanziert, und jede Finanzierung, jedes Unternehmen, was in dem Produktionskreislauf aktiv ist, muss Steuern zahlen, ob das Gewerbesteuer sonst was sind, oder auch Zinsen an die Banken, das ist eigentlich jetzt relativ identisch, das werden wir gleich feststellen, und alle müssen im Prinzip diese Steuern mitbezahlen. Das heißt, in allen Produktpreisen ist diese Steuer drin, weil alle Steuern, alle Zinsen werden umgelegt auf die Endprodukte. Nun heißt das Ganze eben halt hier in tatsächlich nicht Geld, also ich habe hier weggenommen, um nicht mehr Vermögensteuer, sondern das Ganze ist natürlich in einem Geldsystem, und insofern sind das natürlich dann auch keine Steuern, sondern wie ich gerade gesagt habe, reale Zinsen. Und diese Zinsen fließen jedes Jahr rüber. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, weil ich möchte nicht angreifen, weil derjenige, der zum Beispiel eine Milliarde Euro erbt, und der bekommt einen Zins von 3%, absolutlich 2% Inflation und sonstiger Kosten, also 1% Realzins, leistungsloses Einkommen, dann sind das eben halt 50 Milliarden, 50 Einfamilien, Entschuldigung, 50 Einfamilienhäuser, ich bin um diese Zeit auch schon müde jetzt, die ganze Zeit, 50 Einfamilienhäuser, ich bin gleich wieder fit, 50 Einfamilienhäuser sind das ungefähr, die im Jahr quasi dann rüber transferiert werden als Zinsertrag. Ich werde also geboren als Sohn eines Milliardärs und bekomme jedes Jahr 50 Häuser, Entschuldigung, 50 Häuser, und das sind in 10 Jahren circa 500 Häuser. Jetzt habe ich es richtig, müssen wir schneiden. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir das natürlich einen dauernden Prozess haben, der Exponential steigt und das führt natürlich zu unglaublichen Verwerfungen. Dazu möchte ich nochmal kurz auf das System, wie entsteht Geld, weil das möchte ich nochmal kurz darstellen, auch wenn das schon gemacht wurde, aber in einer kurzen Form, um dann auch weiter in die Details reinzugehen. Denken wir an das Beispiel 2008, an das Rettungspaket, wir kennen das, Banken brauchten Geld, also bekamen sie es vom Staat, eigentlich bekamen sie es von den Regierungen, aber wir sind diejenigen, die dafür bürgen, Bürger kommt ja auch von Bürgen und so ist die Situation, dass uns Frau Merkel erklärt, das System ist alternativlos, das muss gehalten werden, weil man hat Angst vor einem Staatsbankrott, ein gefährliches Wort, weil alle glauben, wenn ein Staatsbankrott kommt, dann würde quasi ein Land von der Landkarte geradiert werden und das ist natürlich Blödsinn, so, also, aber wir gehen mal weiter. Frau Merkel guckt 2008 in die Staatskasse und stellt fest, sie hat minus 1,8 Billionen. So, jetzt muss sie in die Tasche reingreifen und noch mal ein paar hundert Milliarden rausholen, ist ja schwer. Das Verrückte ist ja, wir können ja gar nicht so denken, das verursacht ja aber uns Knoten. Wir haben ja ein Finanzsystem, ein Geldsystem, was ja so funktioniert, wenn fünf Leute in einem Raum sind und sieben gehen raus, dann müssen zwei wieder reinkommen, damit der Raum leer ist. Das verursacht bei uns natürlich einen gewissen Knoten im Kopf, aber genau so funktioniert ja unser System. Das heißt, sie greift also rein in die Kasse und holt jetzt noch ein paar hundert Milliarden raus. So, woher nahm er sich? Wo nahm der Staat das Geld von den Banken? Sie wissen das alle, natürlich, klar, er ließ sich von den Banken. Ich will es gleich noch mal bilanziell mal nachstellen, wie das auf der Bilanz aussieht, das ist nämlich ganz interessant. Der Staat ließ sich das Geld von den Banken. Moment mal, wie kann sich denn der Staat von den Banken Geld leihen, wenn der Staat erst mal kein Geld hat, also damit kreditunwürdig ist, zweitens ist es so, dass die Banken auch kein Geld haben, weil sie brauchen ja Geld, um gerettet zu werden und dieselben Banken, die also gerettet werden müssen, verleihen dann das Geld, damit der Staat es dann wieder zurückbezahlt an die Banken. Also das stimmt ja was nicht, also das ist ja ein Hütchenspiel, das merkt ja jeder, dass da irgendwas zumindest, also Fragen drängen sich auf. Und jetzt kommt die Situation, die ganze Welt versinkt in Schulden. Das sind nämlich die großen Diskussionen, die wir immer haben. Deutschland hat, bleiben wir nur bei den expliziten Schulden, implizite Schulden, die man normalerweise durch Rückstellung noch bewerten müsste, wenn man mal einen Staat, eine Bilanz bei einem Unternehmen sieht, wäre es wesentlich höher. Nehmen wir mal 2 Billionen Schulden, die Deutschland hat. Nehmen wir USA, hat jetzt die 15 Billionen Schulden Dollar erreicht, also rechnen wir mal 10 Billionen Euro, auch umgerechnet in Schulden. Japan hat 8 Billionen Schulden. Also ich mache es kurz, die Weltverschuldung liegt bei 32 Billionen ungefähr zur Zeit. Die Frage ist, bei wem? Die ganze Welt soll verschuldet sein mit 32 Billionen bei wem? Ja, gegeneinander heißt es denn. Italien, also könnte das ja sein, dass die Deutschland und Deutschland wiederum Italien, also wenn ich Ihnen 100 Euro leihe und eine Woche später leihen Sie mir 100 Euro, dann können wir doch nicht sagen, wir haben 200 Euro Schulden zusammen. Dann sind wir wieder auf Null. Und das ist das entscheidende Problem. Wir müssen erkennen, dass hier offensichtlich irgendwas nicht ganz stimmen kann. Denn wo können denn die Schuld herkommen? Ist es irgendwelche Außerirdischen? Wie hat sie Schulden bekommen? Wer kriegt sie? Bei wem sind wir eigentlich verschuldet? Das ist ein Riesenproblem. Und da kommt die Frage, wie entsteht Geld? Ich mache es jetzt ein bisschen einfach, so ein bisschen Sendung mit der Maus, dass das gleich einfach um diese Zeit noch gut durchgeht. Nein, die meisten sagen, der Staat produziert das Geld. Dem ist nicht so. Der Staat produziert das Geld nicht, obwohl die Bundestrobefreiheit öffentlich-rechtlich ist, aber öffentlich-rechtlich und staatlich, da müsste man auch wieder sich unterhalten. Aber nein, der Staat produziert kein Geld. Außer das Münzregal, um jetzt wenigstens ganz korrekt zu bleiben. Das lassen wir mal außen vor. Können Firmen Geld drucken? Nö. Es gibt Leute, die das wollen, die sagen, warum macht man nicht jetzt einen, als gesetzliches Zahlungsmittel, wohlgemerkt, jetzt einen Köthen-Nagroschen zum Beispiel. Oder einen Leipziger Thaler. Könnte man ja theoretisch machen. Aber es ist nicht erlaubt, weil Geld ist nämlich nicht nur ein Tauschmittel, Geld ist auch eine Rechtseinrichtung. Eine hoheitliche Rechtseinrichtung, umso wichtiger ist das, dass diese hoheitliche Rechtseinrichtung auch hoheitlich gehandelt wird. Deshalb dürfen Firmen das natürlich nicht drucken. Dürfen Privatpersonen Geld drucken? Dürfen schon, aber dürfen sich nicht erwischen lassen, weil es ist verboten. Zentralbanken, dürfen die Geld drucken? Ja, aber nur ganz kleine Mengen. Ganz minimal. Zentralbanken, die übrigens immer so als die großen führenden Banken der Bankensysteme gesehen werden, hängen eigentlich als Blinddarm an dem Geschäftsbankensystem dran und nicht umgedreht. Denn die werden mittlerweile gesteuert und steuern schon längst nicht mehr. Zentralbanken legen eine ganz minimale Geldmenge auf und dann geht das Ganze in eine andere Geschichte, nämlich über die Geschäftsbanken. Und Sie sehen richtig für die Insider unter Ihnen, die Geschäftsbanken können mit einem Mindestreserven-Satz von einem Prozent, bis vor kurzem noch zwei, falls Sie es noch nicht wussten, das ist mal alles so nebenbei noch mal so durchgeruscht worden, das möchte ich Ihnen auch gleich noch mal zeigen, dass also mit einem Prozent beispielsweise, wir wussten das schon länger, weil es gab Pressemitteilungen darüber, aber wir haben gewartet, bis eine offizielle EZB-Bestätigung an uns kam, wir haben zu einer EZB eine Bestätigung kommen lassen und wir haben sie geklärt und jetzt haben wir, die ist jetzt auch veröffentlicht richtig als Pressemitteilung mittlerweile und seitdem habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir raus, weil ich muss sehr vorsichtig sein, denn eins ist auch ganz wichtig, es gibt viele Pseudowissenschaftler, die schreiben voneinander ab, ungeprüft und deshalb ist natürlich auch unglaublich viel Unfug im Umlauf. Und das nächste, was wir brauchen, ist eine exakte Begriffsbestimmung, weil viele Leute eben halt die Begriffe nicht bestimmen und dann entsteht eben halt Irrtümer. Das Wort radikal wird zum Beispiel sehr oft mit extrem verwechselt. Radikal radix die Wurzel, Ursache. Wer also beispielsweise ursächlich die Sachen herangehen will, der sollte mit einer Radikalität herangehen, den Worten nach, um die Wurzel des Problems zu isolieren und auch zu ziehen. Wissen Sie, das haben Sie neulich vielleicht mal gehört in dem Interview mit meinem Kollegen, der sagte, der junge Kollege von mir, der Viko Albrecht, wäre mit seiner Großmutter im Garten dann Unkraut zupfen musste und die hat immer gesagt, du musst die Wurzeln mit rausziehen, sonst kommt das ganz schnell wieder. Und da bringe ich jetzt davon, was wir von Unkraut halten, von dem Begriff. Aber du musst die Wurzeln mit rausziehen. Denn wenn du immer nur oben so ein bisschen abgreifst, dann ist das noch eine Woche wieder da. Also manchmal sollte man sich vielleicht auch ein paar radikale Politiker im wahrsten Sinne des Wortes wünschen, die bitte nicht mit extremistisch verwechselt werden sollten. Wir sollten exakter sein, weil wir zu schlampig mit der Begriffsbestimmung sind und dadurch extrem viele Irrtümer entstehen. Eines der großen Probleme, viele erinnern sich, ich habe letztes Jahr das Thema Demokratie ja mal so ein bisschen beleuchtet und ich stelle immer wieder fest, dass das ein ganz wesentlicher Begriff ist, dass man überhaupt erst mal weiß, wovon reden wir. Das können Sie übrigens nachlesen, das mit den Geschäftsbanken. Das steht dann nämlich auch bei der Bundesbank, da gibt es da so eine richtige Seite für. Sie kriegen ja auch diese Präsentation dann ins Netz gestellt. Das ist die EZB-Ankündigungsmaßnahme zur Unterstützung der Kreditvergabe der Banken und der Geldmarktaktivität. Das heißt also, gerade jetzt neu rausgekommen vor ein paar Tagen, eine Absenkung des Mindestreservesatzes von derzeit 2% auf 1% mit Wirkung ab der am 18. Januar 2012 beginnenden Mindestreserve-Führungsbericht und das ist schon ein Hammer. Das ist schon ein Hammer. Herr Kreuz, wussten Sie das mit dem 1%? Ja, denn das ist schon wirklich heftig. Man hat ja mal eben da richtig was da neu auf den Gang gebracht. Okay. Versuchen wir uns das Ganze mal bildlich vorzustellen. Und zwar, wie eine Bilanz funktioniert. Wir haben ein Machtsystem, was sich irgendwann etabliert hat. Und das ist nicht nur eine politische Entscheidung, sondern es entsteht auch durch Prozesse, über Girald-Gold-Prozesse, das werden wir gleich merken, weil mittlerweile kaum noch echtes Geld, sondern auch viel Buchgeld im Umlauf ist. Ich will das versuchen mal kurz darzustellen. Die Banken selbst sind eigentlich die Machtinhaber in einem System. Und das ist nicht mit den bösen Fingern, sondern wir haben uns das alle mit, auch die meisten oder viele von uns oder unseren Vorfahren, haben auch das ganze Spiel mitgespielt und auch meistens nicht verstanden, weil das Problem ist sehr komplex. Und die Banken halten sich dann untergeordnete Institutionen. Ich sage das mal ein bisschen sarkastisch, das nennt man dann Staat. Und Staaten sind offensichtlich, denn sonst hätten wir keine Staatsverschuldung, untergeordnet. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ein Staat gründet sich komplett neu. Wie entsteht Geld? Wenn man in der Staat ist ganz neu, um sich das vorzustellen, dann macht der Staat Folgendes. Der Staat gibt eine Staatsanleihe raus. Staatsanleihe ist also quasi eine Art Schuldschein. Man nennt es positiv Schatzbriefe oder Wertpapier, wie auch immer. So einen Bundesstaatsbrief kennen Sie ja, das ist ja eine ganz witzige Geschichte, da kommen wir herabend drauf. Und diese Staatsanleihe, also die Schuldscheine, in dem das Volk letztendlich bürgt für diese Staatsanleihe mit der Arbeitskraft und dafür produziert die Bank per Knopfdruck ein Konto mit 100 Milliarden Euro. Das ist eigentlich schon mal alles. So, jetzt sind die 100 Milliarden dort. Gucken wir uns das mal auf der Bilanz hier bitte mal an. Das ist eine Bankenbilanz. Aktiver und passiver, Bilanzen dienen offiziell der Wahrheit und Klarheit, in der Realität eher der Vernebelung. Das ist der Normalbürger, möglichst nicht versteht. Aktiv und passiv hat nichts mit zu tun, der linke ist sportlich und der rechte liegt nur im Sessel, sondern aktiv hat damit etwas zu tun. Da sind die Vermögenswerte und auf der Passivseite die Vermögensquellen. Und achten Sie auf eins, wenn Sie nichts von Gutschulung verstehen, das Eigenkapital sollte immer auf der rechten Seite stehen, sonst sollten Sie mit dem keine Geschäfte machen. Keine Eins, es gibt solche Bilanzen nicht. Okay, das Entscheidende ist, jetzt hat quasi diese Bank 100 Milliarden Guthaben, nämlich unterschrieben von dem Staatschef, von dem Regierungsrepräsentanten. Es gibt ja Menschen, die sagen, wir sind die Regierung, wir wollen euer Bestes und das funktioniert ja auch ganz gut. Und die sagen jetzt, wir kümmern uns darum, dass das alles gut läuft. Und jetzt haben wir also quasi aus dem Nichts heraus 100 Milliarden Schulden bei den Privatbanken und 100 Milliarden Staatskonto. Jetzt wird das Geld verteilt. Linkse Seite sehen Sie, Soziales, Bildung, Infrastruktur, Kriege, Abfragprämien. Also alles das, was eine gesunde Volkswirtschaft braucht, wird jetzt hier produziert. Das heißt also, das Geld gelangt jetzt quasi in die Wirtschaft. Es ist ein gewisser Sarkasmus drin, stehen Sie mir nach. Das heißt, dieses Geld geht jetzt auf verschiedene Konten. Damit ist das Staatsanleihenkonto auf der passiver Seite dann natürlich Null, weil der Staat hat ja nun dieses Geld in die Wirtschaft infiltriert. Und nun haben die Menschen plötzlich alle Geld. Denken Sie, Währungsreform 1948, da bekam jeder eben halt Geld so auf dem Tisch. Das musste ja irgendwie mal entstanden sein. Und jetzt war plötzlich alles viel einfacher, weil man brauchte jetzt nicht mehr tauschen, man konnte jetzt mit dem Geld hantieren. Wir wissen ja, gesetzliche Zahlungsmittel oder auch Papierzahlungsmittel sind ja wesentlich leichter zu handeln. Das stelle ich auch gar nicht in Frage. Und jetzt war das quasi unterwegs. Und so, meine Damen und Herren, entstehen Kredite. Übrigens auch im privaten Bereich. Ich will das gleich nochmal weiterführen. Also wenn Sie sich zum Beispiel ein Haus von 300.000 Euro bauen oder kaufen wollen, dann gehen Sie zur Bank und sagen, ich möchte dieses Haus kaufen oder bauen, das kostet 300.000. Dann sagen die von der Bank, ja, das hätten wir gern als Sicherheit. Dann werden die 300.000 Rückzahlungen im Rahmen des Kreditvertrages verbucht, bei der Bank wieder als weiterer Forderungsposten, also als Positivwert. Und auf der anderen Seite wird aus dem Nicht-Exe-Hilo, ich lasse die einprozentige Mindestreserve jetzt mal weg, wird dann geschaffen. Oder bei einer Firmengeschichte, jemand braucht 5 Millionen, weil er ein kleines Firmengebäude kaufen will, dann macht er das auf dieselbe Art und Weise, er verpfändet sein Unternehmen, er verpfändet letztendlich seine Sachwerte und bekommt dadurch 5 Millionen Geld. So, das ist ja jetzt alles bis jetzt noch relativ klar, aber irgendwann muss das zurückgezahlt werden. Also das wird dann irgendwann erst wieder bezahlt und dann ist das Konto wieder null. Das, was jetzt kommt, ist identisch bei den Firmen und auch bei den Privatverbrauchern. Ich will es nur einmal jetzt durchführen, damit das klar wird beim Staat. Wenn der Staat jetzt, nehmen wir mal an, nach einem Jahr war das Ganze, jetzt muss er die Schulden zurückzahlen, weil der Staat sagt, wir wollen die 100 Milliarden zurück. Das ist jetzt aber doof, weil die sind ja, dann muss der Staat ja eine Steuer erheben, jetzt achten Sie auf die linken kleinen Pfeile unten, die drehen sich jetzt um und jetzt muss er das Geld natürlich alles wieder einsammeln, in diesem Fall 100 Prozent, weil er muss ja 100 Milliarden zurückzahlen. So, jetzt muss er natürlich alle wichtigen Sachen wieder einstellen, weil bei manchen Dingen macht es wahrscheinlich sogar Sinn. Entscheidend ist auf jeden Fall, jetzt ist kein Geld mehr in der Wirtschaft, wir haben Stillstande Rechtspflege, die Wirtschaft ruht, ab und zu soll man ja ruhen und das Staatskonto ist dann wieder mit 100 Milliarden voll und jetzt kann er beispielsweise der Staat die 100 Milliarden zurückzahlen und der Kredit ist getilgt. So weit, so gut. Ist dahin verstanden? Nun gibt es eben nur ein kleines Problem, weil die Banken sagen, so ganz umsonst haben wir das natürlich nicht gemacht, wir wollen doch Zinsen haben. Wir haben keine Hohen, wir sind ja relativ nett und freundlich, 3 Prozent, damit kommen wir klar. Jetzt sagt der Staat, wo sollen wir denn jetzt 3 Milliarden Zinsen hernehmen, weil das ist ja Null im Umlauf, weil das Geld, was vorher entstanden ist, ist ja jetzt nicht mehr da. Die 3 gibt es gar nicht. Das heißt, der Staat muss anfangen, ich mache es jetzt auch an dieser Stelle, sich in diese Verschuldenspirale reinzubringen, er muss natürlich erstmal wieder neues Geld haben, damit das alles läuft. Das ist natürlich dieser Prozess der Verschuldung, der daraus resultiert, der findet natürlich am Anfang also subkutan quasi statt, also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, aber irgendwann kommen wir in diese Problematik der Exponentialfunktion und die Exponentialfunktion ist ja etwas, was viele nicht wirklich nachvollziehen können. Das ist ein großes Problem, weil wir sind exponentiell denkend nicht gestrickt. Ich will jetzt keine Beispiele nennen mit Reißbrettern und sonst was, das kennen Sie alles, da brauchen wir die Zeit nicht für verstanden, das ist nicht so wesentlich, aber grundsätzlich haben wir aus dieser Geschichte heraus eine Schuldenlüge. Erstens, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. So wird es genannt. Das stimmt. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, wenn ich einen Bundesschatzbrief kaufe, dann pumpe ich dem Staat mein Geld. Der Staat braucht Geld, ich kriege von ihm 10.000 Euro, nein, ich kriege von ihm meinen Schuldenstand, Entschuldigung, und ich leihe dem Staat dafür 10.000 Euro. Jetzt hat der Staat die 10.000 Euro und muss mir dafür Zinsen zahlen. Wo holt er die Zinsen her? Aus den Steuern. Wer ist der Steuerzahler? Ich. Aha. Ich muss also quasi dann als Bürger des Schuldners haften, weil ich ja gleichzeitig Gläubiger des Schuldners bin. Ich habe also zwei Funktionen, weil ich zahle ja jetzt meine Zinsen selbst. Je mehr von den Dingern, die ich kaufe, je mehr Geld ich dem Staat verleihe, desto mehr muss er ja meine Steuern jetzt anheben, sonst kann er mir die Zinsen ja gar nicht bezahlen. Also ich zahle sowieso meine Zinsen immer selbst. Man kann das Ganze nochmal verschärfen, indem man noch einen Zwischenhandel reinbaut, das nennt man Lebensversicherung. Das ist dann ganz lustig. Also da gibt man sein Geld dann quasi in ein Kapitalsammelbecken und die sagen, wir haben ganz viel Ahnung und die nehmen jetzt das Geld und geben es jetzt dem Staat und der Staat muss jetzt die Steuern wieder bei mir erheben. Ganz logisch, dass die Lebensversicherung das Geld bekommt, nimmt sich einen kleinen Anteil von, also ist auf jeden Fall nicht ganz ohne und gibt mir dann den Rest wieder zurück. Also insofern ist diese Staatsgeschichte und diese Staatspapiere unglaublich wichtig zu durchdenken, wenn Ihnen jemand eine Lebensversicherung anbieten möchte und ich bitte Sie nicht diesen Menschen klar zu machen, weil der hat eine Verkaufsschulung gemacht und glaubt das, was er tut. Ich habe in meiner Studienzeit mein Geld verdient mit Lebensversicherung und ich habe nichts ausgelassen an Sauereien, da möchte ich ganz großen Wert drauflegen, aber ich habe dran geglaubt. Ich habe dran geglaubt, ja, das ist die Wahrheit, aber ich habe aufgehört, als ich es verstanden hatte. Das gesteht uns allen zu, das ist einfach so und deshalb rede ich darüber. Es gibt aber nicht nur die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, sondern wir haben auch noch eine weitere Situation, wir haben mich auch gut haben. Ein Staat muss seine Ausgaben senden und Einnahmen erhöhen, denn zukünftige Generationen müssten ja ansonsten noch mehr Schulden zurückzahlen. Das ist einfach gar nicht wahr, weil es ist gar keine wirkliche Schuld. Gut, der Staat muss ja die Schulden zurückzahlen, denn sonst würde ihm ja niemand mehr Geld leihen. Das sind so die klassischen Aussagen, die wir haben, die falsch sind. Unser Bundesfinanzminister, den ich mal kennengelernt habe, übrigens ist das ein sehr netter, ist wirklich sehr nett, aber er ist in seiner Position nicht optimal besetzt, weil er sagt, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir die Schulden zurückzahlen können. Da habe ich gesagt, wie soll das gehen? Geld sind Schulden. Also ich nehme mal das typische Beispiel, ich gehe zu Ihnen in die Garage und arbeite zwei Stunden und mache dort in der zwei Stunden richtig Arbeit und als Dank dafür schreibt er mir einen Schuldschein über zwei Stunden Arbeit, die er mir nun schuldet und unterschreibt das Ganze. Jetzt gehe ich mit dem Schuldschein nach Hause und dann treffen wir und dann sagt er Menschenkasten, wir, ich sage alles klar, den kaufe ich dir ab, ich habe zwei Stunden, nimmst du die als Bezahlung? Dann sagt er ja. Jetzt nimmt er den Zettel mit den zwei Stunden Arbeit, jetzt schuldest du ihm das nicht mehr, sondern ihm. Er gibt das wieder weiter weil er sein Fahrrad reparieren lässt und so weiter. Jetzt ist der Schuldschein Geld geworden, es ist nichts anderes mit einem Unterschied. Ich habe am Anfang dafür gearbeitet. Das ist der Unterschied zu Banken, die brauchen das nicht. Aber ansonsten ist es ähnlich und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, dass einer sagt, ich habe jetzt das Ding und mein Garten müsste umgegraben werden, dann lasse ich denjenigen halt kommen, dann sage ich, okay, hier, du hast noch zwei Stunden Arbeit und die schuldest du jetzt mir, dann lasse ich dir zwei Stunden in der Arbeit knüppeln und dann ist die Schuld getilgt. Und was macht das, wenn wir die Schuld getilgt haben? Wir zerreißen den Schuldschein und das Geld ist wieder weg. Und genauso funktioniert natürlich auch das Geldsystem, weil in dem Moment, wenn die Schuld zurückgezahlt wird, muss der Schuldschein, sprich das Geld, vernichtet werden in den Schredder. Und diese Absurdität ist für uns unglaublich schwer zu verstehen. Wir haben also auf der einen Seite ein Guthaben, was entsteht durch Kredit und auf der anderen Seite immer die Schulden plus die Zinsen. Sie kennen alle diese Kurven, wobei wir hier nochmal zusätzlich die Zinsschulden eingezeichnet haben als zusätzlichen Faktor, der übrigens untere kleine Kurve, die übrigens auch exponential verläuft. Das ist also quasi ein Kreis, aus dem man nicht mehr herauskommt und dieses System braucht man natürlich um damit die Vermögensteuer von A nach B, also von fleißig auf reich, wir nennen es nicht von arm auf reich, sondern von fleißig auf reich. Wenn einer die Milliarde geerbt hat und bekommt 50 Häuser im Jahr, dann müssen ja diese 50 Häuser mit Händearbeit gebaut werden, mit Materialien, mit Einsatz und so weiter, aber die Leute, die das bauen, dürfen da nicht drin wohnen, weil sie müssen es ja als Zinsertrag leistungslos abgeben. Hier geht es nicht um Gut und Böse, hier geht es um einen Prozess, den alle irgendwo akzeptieren, aber kaum jemand versteht es. Und dadurch kommen diese unglaublichen Verwerfungen zustande und jetzt ist die Situation, dass wenn man irgendwann eine bestimmte Summe überschritten hat, dann kommt man in die Situation, dass die Zinserträge, die man aus einer Million zum Beispiel hat, so hoch sind, dass ich damit bei meinem täglichen Konsum den Zinsanteil, den ich immer zahlen muss, letztlich kompensieren kann. Ich bin noch nicht im Plus, sondern ich bin gerade mal so neutral. Und jeder, der unter einer Million Vermögen hat, der muss die Vermögensteuer zahlen in Form der Zinsen, die in jedem Produkt drin sind. Ich denke, es ist einfach, das Produkt nennt man alternativlos, das gilt es zu schützen, weil das hat sich bewährt. Die Frage für wen? Denn wir dürfen eines dabei nicht vergessen, ich kenne sehr viele Menschen, die auch sehr reich sind und die sitzen beim Therapeuten und sind auch irgendwie unglücklich. Es ist ja das Verrückte, es hat ja niemand was davon. Auch wenn ich mich wieder rübernehme. Sie kennen das Beispiel wahrscheinlich, wenn es meine Auftritte, ich habe ja nur noch schon im Fernsehen darüber offiziell gesprochen, wenn Sie in Sao Paulo sind und Sie kommen in diese Armutsviertel rein und Sie sehen dort Menschen völlig verelendet, tot, die durch Warnungsspekulationen und so weiter eben halt in die Verelendung gewöhnt sind. Sie haben da teilweise ein, zwei Kinder liegen in bestimmten Vierteln, die sind tot, vor zwei Tagen räumt gar keiner weg, weil nur jeden Mittwoch kommt die Abfuhr, die die Toten abruhen, die dann nach draußen gelegt werden. Solche Fälle gibt es dort. Und wenn Sie das erleben, dann sagen Sie, um Gottes Willen, ich möchte niemals einer von diesen Armen sein. Dann fahren Sie mal schnell rüber ins Reichenviertel. Da müssen Sie erstmal durch mehrere Schlagräume durch und plötzlich haben Sie an den Häusern überall Riesenmauern und überall so sparlische Reiter drüber und Sie sehen, die Kinder werden alle nur mit geschwärzten, gepanzerten Limousinen gefahren oder fliegen mit dem Hubschrauber zur Schule, weil sie Angst vor Entführung haben. Und dann stehe ich da und denke, verdammt, zu den Reichen möchte ich auch nicht gehören. Und es geht mir also nicht nach dem Motto, Sie wissen ja, da lachen immer einige drüber, ich bin Waldorfschüler und als ehemaliger Waldorfschüler habe ich aber immer noch Rudolf Steiner gelesen und auch eben halt die Kurse der Nationalökonomie und verschiedene andere Bereiche. Ich mache das seit vielen Jahren und ich bin da, denke ich mal, relativ frei, ich beschäftige mich ja auch seit Mitte der 80er Jahre mit diesen Themen, nicht so tief wie andere das machen, aber wir sind hier letztendlich in einer Situation, wo wir sagen müssen, rein aus rationalen Gründen sollten wir uns alle wünschen, dass der Wohlstand möglichst gleichmäßig verteilt ist. Das sollten wir uns alle wünschen, dann geht es nämlich allen im Durchschnitt besser. Niemand ist glücklich, wenn er weiß, draußen ist die Verelendung. Das ist unmenschlich, aber wir werden in einem materialistischen, mechanistischen System gehalten, wir werden im Prinzip konzipiert auch gehalten wie in einer, wie eine Maschine, wie eine Industriemaschine. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich kritisch mit der sogenannten österreichischen Nationalökonomie bin, weil es mechanistisch den Menschen angeht und nicht mentalmenschlich. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied. Aber mir ist auch eines immer wichtig dabei, weil ich habe selbst mal daran geglaubt, an Wertewährung, an goldunterlegte Währung oder reine Edelmetallwährung oder eben halt auch an Sachwertunterlegung, die nationalökonomischen Dinge, wie es ist und Hayek und so weiter. Und es hat auch gedauert, bis ich das dann verstanden habe, dass das wahrscheinlich doch nicht der optimale Weg ist. Sie sehen, ich bin immer im Konjunktiv, Konjunktiv, weil ich so ganz sicher bin ich mit gar nichts mehr mittlerweile, aber ich glaube, der Weg, der mit einer solchen Vehemenz dargetragen wird, wie nationalökonomische Modelle, halte ich nicht für den richtigen Weg, wohl dem ich jedem, der diese Philosophie vertritt, ich sehr ehre und achte und mit einem hohen Respekt entgegenkomme, weil im Gegensatz zu den meisten denkt er wenigstens über das Thema überhaupt nach. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eines lernen. Wir haben eine Szene von Kritikern. Ich erwarte nicht, dass jeder auf meiner Schiene ist und das alles gut findet. Was ich erwarte, ist den Respekt, dass wir respektieren, dass jeder von uns, so hoffe ich jedenfalls, in der richtigen Richtung unterwegs ist und dass wir gemeinsam letztendlich genügend Gegenstrom haben. Ich habe das gemerkt, dass ich den Plan B rausgebracht habe, was das für eine Problem, dass plötzlich der Wind mir entgegenschoss, weil ich habe es getraut, eine Lösung anzugehen, die ich jetzt gleich angehen werde. Das, ich meine, ich kenne viele, die wissen, was sie nicht wollen. Mich interessieren mehr Leute, die eine Lösung haben und sagen, was willst du? Wir müssen jetzt aufhören zum Motzen und zu schimpfen, wir müssen jetzt sehen, wie kriegen wir es gemeinsam vom Tisch. Also, neues Spiel, neues Glück. Wunderbar. Mein Kollege Rico Albrecht und ich, wir haben gemeinsam dieses Modell entwickelt über einige Jahre. Die meisten von Ihnen kennen Rico Albrecht auch aus seinen Auftritten. Es ist ja eine sehr spannende Sache. Er hat Wirtschaft studiert, Mathematik und Informatik und unterrichtet unter anderem als Dozent und ist natürlich ein sehr ausgeleuchteter Kopf. Das ist schon eine wichtige Sache und mit ihm und seinen mathematischen Fähigkeiten sind wir da wirklich sehr gut aufgestellt und wir wollen einfach mal ein paar Modelle mal darstellen. Und zwar ist das Wichtigste überhaupt von dem Vortrag, den ich machen möchte, der Ist-Zustand. Der Ist-Zustand, den wir haben, den dürfen wir nämlich nicht vergessen. Dann gibt es einen Zielzustand. Wo wollen wir eventuell hin, so wie wir es jetzt sehen aus unserer Sicht und das, was noch am entscheidendsten ist, das ist der eigentliche Plan B. Wie ist der Weg? Zum Ziel. Mein Ziel ist es nicht, Ihnen jetzt zu erklären, wie Sie Ihre Vermögen sichern. Ich helfe Ihnen gern, wenn Sie Fragen haben, dann müssen Sie zu mir kommen, weil ich bin ehrenamtlich unterwegs. Die meisten wissen von Ihnen. Ich war Vorstand einer Unternehmensgruppe, die war relativ groß. Das waren 24 Unternehmen, das waren viele Gesellschaften, viele Aktiengesellschaften. Ich war selbst im Aufsichtsrat dort drin. Ich bin auch einer. Vom Saulus zum Paulus, lieber Wolfgang. Es ist genau so. Und wenn man dann lernt, dass das einfach nicht richtig ist und ich habe gespürt, auch in diesen Konzernetagen, mit denen ich zu tun hatte, auch diese unglaublichen kalten Winde, die immer schlimmer werden, immer abartiger werden, wo also im Prinzip die Effizienz der Mitarbeiter dermaßen überstrapaziert wird, dass es schon wieder ins Negative umschlägt und zwei Drittel der Menschen mittlerweile unzufrieden sind und diese Psychologie, ganz wichtig ist auch, was das Wohlfühlen und der Wohlfühlcharakter letztendlich ist. Aus diesem Grunde ist für mich einmal wichtig, wir müssen den Ist-Zustand erst einmal grundsätzlich erkennen. Ich hoffe, dass ich mich zu sehr überziehe jetzt und den Weg zum Ziel. Der Ist-Zustand. Wir haben also eine Umverteilung von fleißig auf reich, das sagte ich gerade und das ist exponentiell wachsende Guthaben und Schulden. Es sind nicht nur Schulden, es sind auch Guthaben. Wenn wir sagen, unsere nachkommenden Generationen werden furchtbar verschuldet sein, wenn wir sagen, ja, und unsere nachkommenden Generationen werden auch furchtbar reich sein. Die Reichen sind nur weniger. Mein Vater hat schon immer gesagt und das war eine ganze Bauernschleude, er sagte immer zu mir, die Intelligenten leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Das habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, aber so ist es offensichtlich. Und wir haben natürlich aus dieser Problematik heraus, auch aus dem Zinssitzsystem und ich hatte heute Nachmittag um 16 Uhr natürlich auch nochmal einen von dem Nico Pech einen Vortrag, der mich auch sehr beeindruckt hatte, wo es genau darum geht. Wir haben also bestimmte Push- und Pull-Situationen, die also im Prinzip uns zwingen in diesen Wachstumswahn. Und es ist ja Wachstumswahn. Denken Sie mal darüber nach, wie sinnlos, viel sinnloser Arbeit schafft im kurzen Augenblick vielleicht positive Tendenzen. Aber nur kurzfristig. Ich habe es gerade von dem Christian, wie heißt er? Ich habe es vergessen. Leider, aber sonst würde ich ihn jetzt sofort die Quelle nennen, aber es war sehr schön. Er hat das sehr wunderbar. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ein Hochschulprofessor aus Ahlen und Christian Kirscher, glaube ich. Das war ein seltenes. Oder hier, Christian. Bitte? Nee. Kreis. Christian Kreis. Herzlichen Dank. Wunderbares Ding. Er sagt, was sind nutzlose Arbeiten? Tom, du musst jetzt ganz stark sein, aber zum Beispiel Werbung. Werbung hat er als ersten Punkt für nutzlose Arbeit angegeben. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich ist Werbung wirklich nutzlos. Es gibt eben Berufsbranchen, wo Werbung zum Beispiel nicht erlaubt ist. Zum Beispiel bei Anwälten oder Architekten oder sowas. Natürlich gibt es irgendwelche Einschränkungen, dass man sagen darf, was man macht und man darf da mal ein Schild hinhängen oder sowas. Aber man darf nicht werben. Wir sind besser als die anderen und wir machen da Vergleichstests und so weiter. Das geht nicht. Das dürfen sie nicht. So, jetzt nehmen wir mal an und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es kommt, dass es heißt, okay, in Zukunft dürfen Anwälte auch werben. Jetzt kommt der erste junge Anwalt und macht Werbung. Kriegt natürlich dadurch mehr Aufträge. Was passiert? Die alten bestehenden Anwaltskanzleien werden nun auch gezwungen, um die Marktanteile zu halten, auch zu werben. Mit bunten Bildern und so weiter und so fort. Das Ganze verursacht natürlich eine unglaubliche Erhöhung der gesamten Kosten für das eigentliche Produkt. Und letztendlich werden alle Beratungen teurer und alles, was wir kaufen, wird teurer und so weiter. Wenn morgen BMW keine Werbung mehr schaltet, dann verlieren sie die Marktanteile. Das heißt, sie sind alle gezwungen, einen Werbeetat zu halten, um dann zum Schluss alle auf demselben Niveau bloß mit den Werbekosten wieder zu sein, wo die Leute dann davorstehen und müssen sich dann wieder entscheiden, was sie nun eigentlich können, weil alle haben schöne Werbung. Das heißt, an sich muss man einfach mal wieder fragen, im ersten Impuls wirkt es positiv. Ja, es entstehen neue Arbeitsplätze, die sind kreativ, die machen wunderbare Bilder, die bilden Emotionen und dann kaufen die Leute ein schönes Auto oder irgendwas ganz Tolles und dann kommt die Konkurrenz und macht das auch. Das ist keine Diffamierung dieser Berufsgruppe, weil die machen das aus tiefster Überzeugung und Marketing-Spezialisten haben einen sehr großen Ansinnen. Sie sagen, sie haben eine Medienagentur, sind Sie eine ganz große Nummer. Ja, es ist so. Das ist so. Das klingt toll, kreativ und ganz toll und es sind ja auch wunderbare Dinge dabei, das ist ja nicht die Frage. Es verteuert unnütz unsere, unseren Lebensstandard. Alle unnütze Arbeit kostet zu viel Geld und die ist letztendlich schädlich für uns alle, denn wir müssen sie alle durch unsere Arbeit bezahlen, weil wir nämlich längst keine Versorgungsökonomie mehr hatten, wie wir es früher hatten, wo man gearbeitet hat, um die Versorgung sicherzustellen, sondern wir haben eine Handels- und Profitökonomie. Alles, was handelbar ist, was tauschbar ist, wird letztendlich ökonomisch dann als relevant gesehen und das hat letztendlich die Versorgungsökonomie abgelöst. Und das ist ein Problem. Denken wir an das Bruttoinlandsprodukt. Sie sind ja nun alle tief im Thema. Das Bruttoinlandsprodukt wird überhaupt nicht wirklich unterschieden. Ist es tatsächlich wirklich eine Maßeinheit? Rudolf Steiner hat da wunderbare Abhandlungen übergeschrieben. Wir müssen unterscheiden zwischen einem Auto, das zum Beispiel einen Gebrauchswert hat und auch einen Marktwert. Und jetzt nehmen wir mal dagegen ein Mittagessen. Ein Mittagessen hat einen unglaublich hohen Gebrauchswert, besonders wenn man Kohl-Lampf hat. Aber es hat keinen Marktwert. Versuchen Sie mal, gebrauchtes Mittagessen zu verkaufen. Ja, ja, das klingt absurd. Fließt aber beides identisch mit ins Bruttoinlandsprodukt. Es gibt keinen Unterschied. Das ist spannend, ne? Weil die, überlegen Sie mal, was das bedeutet, was ich da sage. Wie wollen Sie denn einen gebrauchten Haarschnitt verkaufen morgen? Ja? Seitdem habe ich mir ganz abgewöhnt. Oder wenn Sie, oder wenn Sie, oder eine Massage. Wie wollen Sie Dienstleistern? Dienstleistungen haben keinen Marktwert. Sie haben keinen Tauschwert. Das ist eine einmalige Leistung und dann passt das. Sie können doch das Ding einfach zusammenschmeißen. Gehen wir noch weiter. Ja? Okay, auch? Langsam. Langsam. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Situation zum Beispiel, dass wir mal weiter vergleichen. Es gibt Dinge, die haben einen Wert und die haben einen Tauschwert. Nehmen wir das Auto und jetzt nehmen wir mal daneben ein Kilo Silber. So. Jetzt stelle ich das Auto tausend Jahre auf eine Wiese. Was finden Sie nach tausend Jahren? Nichts mehr. Das hat sich aufgeblieben. Da ist nicht mal mehr der Ostklau. Nach tausend Jahren dürfte das Ganze irgendwie nicht sein. Sonst nehmen wir 5000 Jahre. Ist auch egal. So. Aber das Kilo Silber sieht noch aus wie neu. Ist von mir aus einen halben Meter tiefer in der Erde, aber es sieht immer noch gut aus. Wir müssen doch auch unterscheiden zwischen Rohstoffe und den Ressourcen, die dann da sind, wenn wir sie nutzen, um daraus Wirtschaft zu setzen, und eben halt auch den Sekundärproduktionen. Denn die Sekundärproduktionen sind doch letztendlich auch viel Fantasie. Das, was wir daraus machen. Ein VW Golf kostet 25.000 Euro und ein Ferrari kostet beispielsweise 200.000 Euro. Wenn Sie aber mal die Kosten für einen VW Golf mal zugrunde legen, was sind da für Materialien, wie viel Arbeitskraft, wie viel Vor- wie viel Ingenieursleistung und so weiter und würden diese Parameter auf den Ferrari umlegen, dann dürfte der Ferrari maximal 100.000 kosten. Warum zahlen die Leute 300.000? Geiles Auto. Das macht Spaß. Das ist Image. Das hat Freude. Egal wie. Aber wenn diese Summe mit 300.000 reinfließt, dann muss ich wirklich die Frage stellen, ist das Bruttoinlandsprodukt eigentlich noch überhaupt noch eine objektive Größe, die wir auch noch wissen müssen, oder müssen wir nicht viel früher anfangen? Damit beschäftigen wir uns auch. Ich bin viel zu weit jetzt abgetrieben. Entschuldigung. Also das ist der Ist-Zustand und der Wachstumswahn der Wirtschaft resultiert aus all diesen Verwerfern. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingswort, was wir uns mal irgendwann entwickelt haben, Danistakratie. Danistakratie, da werde ich interessanterweise immer oft fehlverstanden oder offensichtlich kommt es auch fehl rüber, das sind nicht irgendwelche Bösen. Danista kommt aus dem Lateinischen, heißt Verleihen und Wuchern. Wuchern im Sinne von Wucherungen. Exponentialfunktionen, Wuchern. Krebsgeschwüre, Wuchern. Das heißt, wir haben einen Vorgang im Prinzip der Exponentialen Funktion, das kommt aus dem Wuchern und Wucherungen sind ja auch im gesundheitlichen Prozess nicht unbedingt positiv zu sehen und aus diesem Grunde nenne ich dieses System Danistakratie. Aber mit Danistakratie meine ich natürlich nicht irgendeine bösartige Gruppe, die führt, um wieder die Feindbilder wegzukriegen, sondern wir sind alle Danistakraten, so wie wir auch alle Demokraten sein wollen. Ich weiß nicht, ob Sie es noch reingebauen. Ich weiß nicht, ob Sie es noch reingebauen, wenn Sie wüssten, was Demokratie vielleicht sogar ist, denn da kann man natürlich auch nicht hingehen, noch zu sagen. Aber trotz alledem, wir sind also alle dabei, unter dieser danistakratischen Gesamtordnung, ich will die nicht beim Namen nennen, weil da gibt es auch keine Namen, die ich kenne, es macht nämlich keinen Sinn, es bringt nichts, wenn wir alles nur weitergeben, was andere uns vorher erzählen, und es ist unkontrolliert und Beweise sind nicht belastbar. Die Medien, meine Damen und Herren, haben eine unglaubliche Macht. Das haben wir jetzt gesehen bei dem ganz wichtigen Beispiel Herrn Wulff. Ja? Man sieht übrigens auch, wie Medien im Prinzip an den Themen vorbeigehen und eine solche Sache wie ISM plötzlich als, wie nennt sich das, Fiskalrettungsdingens da genannt, das wird ja so ein bisschen Fiskalpaket, glaube ich, nennt man das, klingt so nach Fekalpaket, aber es nennt sich Fiskalpaket und es ist wirklich unglaublich. Also das Problem ist, die Massenmedien haben auch die Macht darüber, jemanden zu stürzen oder aufzubauen. Ich denke mal, da sage ich nichts Neues, Wolfgang Berg hat das gerade wunderbar vorgelesen von Swinton, übrigens in meinem Buch der Währung Countdown ist das gleich auf der 200. Seite dieses Beispiel. Unter den Massenmedien, meine Damen und Herren, das bitte ich nicht als Angriff zu verstehen, finden sich die Politikdarsteller. Politikdarsteller nenne ich sie ganz bewusst, weil ich glaube einfach nicht, dass sie wirklich das Volk und den Staat vertreten, sondern uns sagen, dass sie das Volk und den Staat vertreten und die meisten glauben das auch. Die Politiker, die wir haben, werden eingeschworen und sie machen nicht das, was sie tun müssen. Es gibt eben halt ganz bestimmte Grundlagen rechtlicher Natur und die werden nicht eingehalten. Sie wissen, dass wir in unserem Beirat Leute haben, die natürlich angefeindet werden, wie Hankel oder Schachtschneider oder auch Wolfgang Berger, die uns immer wieder unterstützen, auch mit juristischen Fachraten. Wir haben so selbst Richter, Landesrichter, ehemalige Landesrichter in unserem Beirat, AD, die mittlerweile das alles voll unterschreiben, dass wir uns tatsächlich die Frage stellen müssen, vertreten die Politikdarsteller, die sich nämlich so darstellen, wirklich Bundsbürger oder vertreten sie andere Interessen. Und zwar übrigens auch hier wieder ganz klar, nicht unbedingt aus Böshastigkeit, sondern aus Harmlosigkeit. Weil Menschen wählen und zwar nach Sympathie. Und ich kenne ganz viele Abgeordnete und das sind ganz liebe Leute und viele glauben das. Ich will mal Frank Schäffler nennen übrigens, Frank Schäffler, den ich ja nun gut kenne und den man auch nennen kann, weil der ja zumindest in dem Bereich schon relativ viel Durchblick hat. Für Politiker ist es schon ein richtiger Durchbruch. Und wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann merke ich aber auch, wie frustriert er ist, wie sie alle frustriert sind, weil die, die was machen wollen, die wirklich was bewegen wollen, sie bekommen einfach keine Chance. Die kriegen eine gute Abfindung und dann stehen sie da und sie verstehen oft nichts von dem, was sie dort tun und sie müssen sich bei den Massenmedien letztendlich ihr Wohlwollen erbetteln. Weil wenn die nicht wollen, gehen die weg. Und unter den Politikdarstellern sind dann letztendlich wir, das Volk. Und das sind schon untertanen Modelle. Denn dieses verzinstte Geldsystem mit einem Vermögenstransfer von fleißig nach Reich in Höhe des gesamten Bundeshaushaltes pro Jahr, was leistungslos den Besitzer wechselt, es tut mir leid. Das ist ein Modell, was man wirklich unten mit Untertanen bezeichnen muss. Es tut mir leid. Anders ist es nicht zu oder. Das war ganz nüchtern und ganz einfach. Meine Damen und Herren, Zielzustand, das war die erste Situation, den Zielzustand bauen wir aus jetziger Sicht aus vier Faktoren zusammen, die ich relativ zügig durchgehe. Sie kriegen ganz viele Informationen, in meinem Verwährungskonten beschreibe ich die meisten Dinge. Das erste ist für uns tatsächlich ein gemeinnütziges Geld. Gemeinnützig, umverteilungsneutral. Wir haben heute und gestern schon viel darüber gehört, wir haben über Gesellen gehört. Es gibt viele Problematik, dass viele Leute sagen, das verzinstte Geldsystem ist nicht das Problem, sondern es ist nur die Ex-Nihilo-Produktion. Die große Problematik ist, wenn man sich mit solchen Leuten, ich habe ja neulich mich mit einem Mann unterhalten, der eine neue kleine Partei gegründet hat und der sagte auch, das verzinstte Geldsystem ist nicht das Problem und er hat auch ganz viele Äußerungen gemacht, auch nicht unbedingt so positiver Art. Und ich habe auch wieder festgestellt, nachdem ich dann ein persönliches Gespräch mit Nachdruck erbeten habe und dann habe ich mit ihm gesprochen, mein Ziel war nicht, mich mit ihm zu einigen, sondern ein Abkommen zu finden mit ihm über den Umgang miteinander und übereinander. weil ich weiß, dass er genau die Ziele verfolgt, die ich auch verfolge, aber seine Wege sind andere als meine. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Tolerant sein gegenüber Andersdenkenden, wenn sie zumindest in unserer Richtung unterwegs sein. Das ist eine der wichtigsten Botschaften. Teil und Herrscher läuft nämlich genau auch in der Szene wieder ab. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Wir brauchen hier ein Geld, was unverteilungsneutral ist. Sie kennen das mit Umlauf. Wenn man den Zins nämlich mal wirklich argumentiert, dann kann es nämlich sein, dass vielleicht es einfach nur daran liegt, dass manche vielleicht eine andere Vorstellung von Zins haben. Ich kann nicht Wort für Wort durchgehen, aber auch der Begriff Zins muss diskutiert werden. Das fließende Geld ist einer der wesentlichen Bausteine. Umverteilungsneutral. Ich mag übrigens den Begriff Schwundgeld nicht. Ich mache auch den Begriff Rostendes Geld nicht. Und wenn einer sagt, ich habe Schwundgeld, dann sage ich auch, du hast noch ein Schwundhaus, du hast ein Schwundauto, ein Schwundmoped und eine Schwund-Ehefrau. Denn die bauen sich durch die natürliche Rafa alle ab. Ja, das ist einfach so. Und das finde ich einfach absurd. Und aus diesem Grunde mag ich diesen betrifflich. Es geht um eine Umlaufgebühr. Und das ist gut. So, neben dem fließenden Geld, weil das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Weil viele Dinge, die jetzt kommen, immer gerne negativ belegt werden, weil wir aus dem Denkprozess des Euros herausdenken, aus einem Schuldgeldsystem. Und dann kann das nicht funktionieren, was ich hier sage. Ich kann es nur kurz ansprechen. Nicht zusammenführen. Aber das soziale Bodenrecht, ich gehe noch weiter, die Eigentumsfrage muss diskutiert werden. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Es greifen natürlich Menschen damit, die in diesem System des Eigentums groß geworden sind. Das römische Bodenrecht und all diese Dinge, es liegt schon so furchtbar lange zurück. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Bodenrecht anspreche, dann gehen bei vielen Leuten sofort die Schalosien auf. Das ist wie bei dem Begriff, oder runter vielmehr. Das ist bei der Begrifflichkeit auch, da fällt einem sofort an Bodenreform. Und da denkt man gleich an Enteignung, 46, 49, Russland, DDR, Vertreibung und so weiter. Damit ist das leider negativ besetzt. Das Problem ist, ich muss die Begrifflichkeit nutzen, um eben halt auch ganz deutlich hier zu machen, worum es mir geht. Wir haben eine Verteilung des Bodens und das Problem ist, wenn Sie ein fließendes Geld haben, das heißt ein Geld mit Umlaufgebühren belegt, natürlich eine Flucht in Spekulationen und die muss man natürlich dann logischerweise, dem muss man dann entgegenwirken. Und ein soziales Bodenrecht, heißt nicht, dass man den Menschen den Gut wegnimmt, sondern dass man viel mehr Leuten den Luxus des Bodens gönnt und eine bessere Lebensqualität, einfach weil plötzlich nicht mehr ein Konzern plötzlich da ist und ein ganzes Bundesland aufkauft, sich als Landwirt dann über eine Tochtergesellschaft anmeldet und dann Stilllegungsprämien über die EU abgreift. Das findet statt. Und das ist absurd. Während daneben, also riesengroße Stilllegungsflächen, während daneben ein Monsanto oder BASF-Acker ist, mit hochgezüchteten, genmanipulierten, Sie wissen, dass ich aus Kanada bin, die meisten wissen ja, dass ich in Kanada lebe und ich bin ja gerade jetzt von drei Tagen zurückgekommen, deshalb bin ich noch nicht ganz fit, ich bin noch ein bisschen im Jetlag, wobei eigentlich bin ich schon dran gewöhnt. Aber wir sind natürlich auch sehr stark davon betroffen, von diesen Genmanipulationen und all diesen Verwerfungen, die wir haben. Wir brauchen ein soziales Bodenrecht, dass diejenigen, die einen Boden nutzen, jeder Boden hat einen Ertragswert, das ist wunderbar von vielen Leuten geschrieben worden, unter anderem von Silvio Gesell, auch danach, auch davor schon immer wieder. Es gibt eine unglaublich gute Literatur, suchen Sie gerne auch mal in der Zeit, die nicht in den letzten 50 Jahren oder in den letzten 80 Jahren, sondern sogar noch davor. Da finden Sie unglaublich wichtige und großartige Menschen aus der Zeit, wo wir noch Dichter und Denker waren. Und dieses soziale Bodenrecht sagt nichts anderes, als dass diejenigen, die einen Boden nutzen, eine Entschädigung zahlen müssen, als Gebühr für diejenigen, die keinen Boden nutzen, die diesen nicht nutzen dürfen dann damit. Weil jeder kann dann ja letztendlich sein Grundstück für sich nutzen, es wird wie Eigentum gehandelt, es ist aber eben halt ein Besitz, auch nicht wie eine Pacht auf 90 Jahre oder sowas, wo man dann weiß, irgendwann dann läuft die Uhr ab, sondern man kann das auch vererben und so weiter, dass man also wirkliche Sicherheit hat. Für den Normalbürger ist das übrigens nichts anderes, als dass er seine Grundsteuer weiterzahlt. Bloß, dass diese Grundsteuer nicht mehr genommen wird, um die Zinsen für die Banken zu finanzieren, sondern als Entschädigung für die anderen. Das wäre nämlich zum Beispiel schon mal wieder ein kleiner Baustein für den nächsten Punkt. Das wäre das bedingungslose Grundreinkommen. Und ich sage bewusst bedingungslos. Diese viele Arbeiten, die gemacht wurden, die Entwicklungen, die gemacht wurden, die meisten sind von Ihnen im Thema, deshalb fliege ich das relativ auch schnell durch. Davon müssen wir auch in irgendeiner Form kollektiv partizipieren. Alle Mann, ich komme aus meinem Haus Unternehmer, gut situiert. Viele von Ihnen wissen, ich habe zwei Söhne, 30 und 31 Jahre alt. Ich habe drei Enkel. Ich bin ja Opa. Sieht man, klassische Opa-Tippe. Auf jeden Fall ist das so, dass man sich dann Gedanken macht. Aber wenn ich keine Kinder und Enkel hätte, würde ich das auch tun. Denn wir gehen hier mit unseren nachfolgenden Generationen unverantwortlich um. Und ich kann manchmal den Unterschied nicht zu erkennen, einer direkten Straftat und dem, was wir hier teilweise tun, durch nichts tun. Das meine ich ganz oft nicht. Jetzt wird es spannend. Der nächste Punkt ist die freie Presse. Bitte nicht verwechseln mit Pressefreiheit. Die haben wir. Ich sage Ihnen, wir haben eine Pressefreiheit. Aber was nützt es, wenn die Presseorgane selbst nicht frei sind? Das ist die Frage. Das Problem ist, es kann nicht sein, genauso wie ich gegen eine Abschaffung der Kapitalgesellschaften bin, wenn nur gemeinnützige GmbH, spätestens bei der freien Presse, muss es gemeinnützig sein. Sonst ist eine freie Presse nicht möglich. Eine freie Presse muss letztendlich alle Farben und alle Dinge eben halt mit für sich auch zu Worte kommen lassen. Und wir haben eine Art Medienlastenausgleichs, eine Art Gesetz oder eine Art Funktion erarbeitet, wo wir sagen, wie wir auch einen Länderfinanzausgleich haben, auch einen Medienfinanzausgleich. Weil derjenige, der das meiste Geld hat, bestimmt was gesendet wird. Und ich möchte gerne, dass um 20 Uhr auf der Frequenz von ARD auch kleine, kleine, die kein Geld haben, senden dürfen, nur aufgrund der Pressefreiheit. Das lässt sich tatsächlich mathematisch-logarithmisch bearbeiten, sodass man dort einen richtigen Prozess zustande bringt, dass wir freie Presse haben und wir dann tatsächlich auch mehrere Ansichten genießen dürfen und nicht nur von bestimmten Menschen die Nachrichten vorgelesen bekommen. Sie wissen, Nachrichten kommen von Nachrichten. Da wird etwas nachgerichtet, damit wir uns danach richten. Und das heißt, es hat natürlich auch was mit Propaganda zu tun. Und das könnte man dadurch abschalten. Ich fasse zusammen, das fließende Geld würde sofort den Prozess der Umverteilung in Verbindung mit dem Bodenrecht und weiterer Eigentumsfragen, die in die Diskussion müssen, wo wir aber noch nicht so weit sind, dass wir uns trauen, Dinge anzusprechen, denn wir müssen erstmal die verschiedenen Dinge auch abarbeiten. Und dann natürlich eben halt bis hin zur freien Presse und das bedingungslose Grundeinkommen übrigens nicht als Sozialleistung, sondern als Rechtsanspruch für alle, weil alle Generationen von den Vorlaufenden auch partizipieren müssen. Das ist doch ganz selbstverständlich, da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Es geht hier nicht um eine Sozialleistung. Überhaupt nicht. Der Weg zum Ziel. Wir haben also einen Ist-Zustand auf der linken Seite und den Ziel-Zustand. Wie wollen wir das tatsächlich umsetzen? Es ist schwer. Dazu haben wir diesen Plan B entwickelt und da sind wir gerade dran, mit unserem Beirat. Und zwar auf Hochtouren. Wenn man von uns nichts hört, heißt es nichts, dass wir nichts tun. Aber wir gehen nicht mit jedem Satz, den wir geschrieben haben, raus. Wir sind sehr, sehr vorsichtig mit unseren Aussagen momentan. Weil die ersten Grundlagen, die wir schaffen müssen, ist, wir brauchen eine ganz klare öffentliche Zentralbank mit Geldschöpfungsmonopol aus unserer Sicht. Das ist unser momentaner Stand. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Der eine nennt es monetativ, wie auch immer. Wir verbinden das mit dem fließenden Geldsystem. Entscheidend ist, öffentlich heißt nicht Regierung und es heißt nicht privat, Staat, sondern das heißt Staat, Bürger. Übrigens, die Bundesbank war vom Grundsatz her nicht die schlechteste Lösung. Abgesehen davon, dass sie in diesem Schuldgeldsystem natürlich auch gefangen war. Aber von der politischen, rechtlichen Grundlage eigentlich war das eine ganz vernünftige Geschichte. Das heißt, es muss eine Systematik geben, eine öffentliche Zentralbank mit, ich habe das beschrieben in meinem Buch der Währungskandaum, beispielsweise mit entsprechenden volkswirtschaftlichen Abteilungen, die also zum Beispiel tatsächlich die Wirtschaftskraft messen und dadurch auch die Geldmenge darauf abstimmen. Allerdings war ich zu der Zeit noch nicht die Wirtschaftskraft so bemessen, wie ich sie heute bemesse. Sondern ich habe auch noch durch vom Bruttoinlandsprodukt gesprochen, als Wirtschaftskraft. Heute bin ich auf einer ganz anderen Ebene und sage, ich bin der Meinung, wir müssen die Ressourcen in einem bestimmten Zeitraum, in einem Jahr zum Beispiel, zugrunde legen als Basis allen Wirtschaften, woraus nachher alles Weitere resultiert. Ob das Sicherheit ist, ob das Entsorgung ist oder sonst etwas, das wäre alles überhaupt kein Thema. Das wird alles daraus finanziert und das kann man quasi als Berechnungseinheit zugrunde legen. Und dann ergibt sich übrigens auch ein Anteil auf jeden Bürger, am besten der gesamten Welt, die das verteilt haben müssten. Dann hätten wir nämlich ein globales Problem insgesamt gelöst. Es sind noch ganz weite Spiele, wo man noch ganz vorsichtig sein muss. Und wenn das jetzt in diesem Video entsteht, wird das als Sequenz wieder rausgenommen, dann heißt es, alles klar, da wird wieder der Sozialismus neu erfunden oder sowas. Das ist es natürlich nicht. Aber damit muss man leben, wenn man im Kreuzfeuer steht. Was wichtig ist, ist eine Staatsentschuldung. Aber wir haben festgestellt, wie kann sowas laufen? Denn der Staat, es kann nicht sein, dass die Bürger bürgen und arbeiten müssen, damit diese Systeme in dieser Form weiterlaufen. Man könnte ja theoretisch, das sagen viele, das sagt zum Beispiel unser Bundeswirtschaftsminister, wir könnten die Schulden zurückzahlen. Gut, der ist noch nicht so weit. Aber wenn man eines mal erkennt, dass wenn ich Schulden zurückzahle, das kann man ja erkennen, und dann wird die Geldmenge logischerweise vernichtet, bis auf null, weil Schulden und Guthaben dasselbe sind, bis auf den kleinen Zinsanteil, will ich nicht weitergehen. Das ist also schon mal auszuschließen. Wir können die Staatsschulden auch annullieren. Wäre auch eine Maßnahme. Das wäre zum Beispiel ein Bankrottmodell. Beim Bankrottmodell zucken unglaublich viele zusammen. Wenn man sagt, oh, Staatsbankrott, das ist aber, dann geht es ja allen ganz schlecht. Muss nicht. Wenn man einen Staatsbankrott vernünftig, konzentriert und betreut, sauber abwickelt, kann das für alle wunderbare Entwicklung haben, weil ein Land mit Staatsbankrott, Argentinien war zum Beispiel vor kurzem, ist nicht, das haben sie jetzt nicht gesprengt und ist im Atlantik versenkt worden, ist immer noch da. Ich habe geguckt. Und das war nicht weg. Also man hat nur Probleme gelöst gehabt. Griechenland wäre natürlich ein ideales Modell. Ein Staatsbankrott kontrolliert. Wir sollten uns diese Angst nehmen lassen, dass ein Staatsbankrott automatisch zur Verelendung und Verarmung führt, wenn man es vernünftig einleitet und sauber betreut. Da gibt es Modelle, auch damit beschäftigen wir uns. Eine der wunderbarsten Möglichkeiten wäre, aus unserer Sicht, die Staatsanleihen, die wir haben, unter Aufhebung der Zinspflicht in Guthaben konvertieren. Das ist einer der entscheidenden Sätze des Plan B. Die muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen, um ihn zu verstehen. Das heißt, der Staat hat ja letztendlich Schuldscheine herausgegeben und ich habe dem Staat Geld geliehen dafür. Damit ist es letztendlich die Situation, wenn wir die jetzt zurückzahlen, dann müsste das Geld ja vernichtet werden. Das würde nicht gehen, wenn die bezahlen, dann geht es nicht mehr. Das ist Geld wieder weg. Aber, wenn man beispielsweise diese Schuldscheine, die haben ja einen nominalen Wert, was weiß ich, 10.000, umwandeln würde, in dem Moment, an einem bestimmten Stichtag, in Zahlungsmittel, dann wäre es plötzlich Geld. Jetzt haben viele, dann hätten wir aber Inflation. Ja. Aber zur Zeit haben wir mehr Inflation und es ist nicht abzusehen, wohin die Spirale noch gehen wird. Wir haben hiermit die Möglichkeit, ein Modell tatsächlich einzuleiten. Ich kann es hier nur in einer kurzen Form, normalerweise ist es eine Sache, wo ich eine Woche dran arbeite, um diese Dinge im Einzelnen durchzugehen, sonst ist es nämlich sehr schwer zu verstehen. Gerade dieser Punkt, nämlich Staatsanleihen und der Aufhebung der Zinspflicht, die Zinsen zahlt ja eh jeder selbst durch die Steuern, spielt ja keine Rolle, man verliert ja nichts. Es wird linke Tasche, rechte Tasche, ich muss vorher an Steuern bezahlen, um es anschließend zurückzubekommen, zumindest gesamt gesehen. Ich denke mal, das ist okay. Aber jetzt wird es entscheidend. Wie das Ding umsetzen. Dazu brauchen wir eine Ausarbeitung der notwendigen Gesetze. Daran arbeiten wir. Wir sind dabei, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das heißt, ein Gesetz zu bauen oder eine Grundlage zu bauen, die das Zentralrecht, die beispielsweise auch die Gewaltenteilung neu ordnet, neben der legislativen, judikativen und exekutiven natürlich noch eine. Bleiben wir bei Bernd Senfs Argumentationen, eine Monetative und ich gehe noch weiter und sage, eine Mediatative, dass auch die Medien als Staatsgewalt separiert werden, dass wirklich dort auch die Kontrolle des Staates nicht zu verwechseln der Regierung. Das sind keine Ministerien. Ich rede vom Staat. Das haben wir zur Zeit nicht. Das muss man immer wissen. Also, dass man da irgendwie in eine falsche Denke rein gerät. Das kann ganz schnell passieren. Daran arbeiten wir gerade. Das Grundgesetz Artikel 146 gibt es übrigens her. Denn im Artikel 146 steht ja drin, dass das Grundgesetz ehemalig im Provisorium ist und das könnte man natürlich ideal nutzen. Ich will hier nicht die Diskussion, ist das Grundgesetz in Verfassung oder nicht. Da gibt es mir auch viel zu viele halb- und semi-wissende Leute, die erklären, wie die Welt läuft und rauf und runter. Auch das ist mir zu kritisch. Das bringt uns überhaupt nicht weiter, weil die Amerikaner zum Beispiel haben eine Verfassung, das nützt ihnen aber auch nichts. Ja, also insofern ist das nicht die Frage. Aber wir können auf dieser Basis des Artikels 146, wo ja schon drin steht, dass an dem Tag, wenn also das Grundgesetz erlischt und eine Verfassung eben halt in Kraft gibt, dass dann das Grundgesetz eben hinfällig ist. Also wir könnten auf der Basis bauen. Und dann würden wir zum Beispiel die Gesetze einreichen in Berlin. Wir wollen ja den friedlichen Weg, weil ich will keine Gewalt, ich will Frieden. Unglaublich. Das ist ein unglaubliches Spiel mit dem Feuer. Ich habe unglaublich viele Kontakte zum Beispiel zu den Abgeordneten und ich sehe, wie unglücklich die sind. Das ist gut. Ja, wir haben ganz viele Leute beim Militär, die haben die Schnauze voll. Bei der Polizei, die haben die Schnauze voll, die wollen nicht mehr, die sind deprimiert. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, neulich in Kanada mit einem aus der Polizei, aus einer höheren Ebene, der gesagt hatte, wir rechnen bei einer Umsetzung des Lissabons-Vertrags, dass also beispielsweise gegen das eigene Volk vorgegangen werden sollte, mit einer Ausfallquote von über 80 Prozent der Polizisten, die den Befehl verweigern werden. Also solche Prozesse laufen. Wir sollten nur sehr vorsichtig sein, weil das ist ein Spiel mit dem Feuer und das ist eine unglaublich wichtige Sache. Ich sage Ihnen ganz offen, diese Krise kommt mit einer großen Wucht auf uns zu. Nicht, dass Sie denken, die hat schon angefangen. Die Krise hat nicht angefangen. Wir reden nur drüber. Das ist ein ganz großer Vorteil. Wir reden, noch haben wir nämlich zu essen, noch ist alles wunderbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dieses Exponentialfunktion, die wir haben im Finanzsystem, führt zu einer Ungleichgewichtung der Vermögen. Und die sehr vermögenden haben natürlich eine wesentlich höhere Sparquote. Und wenn diese Sparquoten immer größer werden und immer größere Volumen sich aufbauen, nämlich Geld, was gar nicht gebraucht wird zum Leben, sondern einfach nur zum Sparen, Reichtum, Casino, Kapitalismus, was auch immer, es ist völlig egal, das ist halt da. Das Geld bietet sich ja permanent im Markt an, weil es muss ja wieder verliehen werden und das Ganze nochmal mit hebeln. Wer soll das ganze Zeug noch nein? Wie macht man das? Man muss den Zins senken. Und wenn die Zinsen sich senken, weil wir wissen alles, wenn das Angebot hoch ist, dann sinken die Preise. Wir haben ein unglaubliches Überangebot an Kapital, also sinken die Zinsen. Das ist ja der Preis für das Geld. Jetzt kommen natürlich alle auf die Idee und sagen, ach wunderbar, die Zinsen sind günstig, jetzt bauen wir in Amerika alle tolle Häuser und wunderbar, und so entstand der Immobilienboom. Und heute stehen eben halt 18 Millionen Immobilien leer. In Amerika werden die Menschen in Zelten gelten. Es ist eine absurde Konstruktion. Das heißt, aber nicht nur das, übrigens die Immobilienkase, dieser Immobilientumor, der da momentan gerade ist, der ist in Spanien und in England ungleich höher zur Zeit, als in den USA noch warm. also die große Krise ist noch gar nicht angefangen in dem Bereich. Und dieses Geld, was sich billig anbietet, führt natürlich auch zur Überproduktion. Das heißt also, dass jetzt plötzlich die günstigen Zinsen viele neue Fabriken entstehen lassen, weil die Zinsen ja günstig sind. Und wir haben mittlerweile ein Angebot, dass wir 35 Prozent mehr Autos produzieren können, als überhaupt nachgefragt werden. Das ist absurd. Das führt irgendwann dazu, dass wir dringend deindustrialisieren müssen, dass wir dringend die Überkapazitäten abbauen müssen. Und das macht man ich denke an den großen Krieg zwischen 1914 und 1945. Das war ja einer, den wir nochmal unterteilen. Aber unterm Strich gesehen, wollen wir uns mal eines angucken. In der Zeit zwischen 1933 und 1941 in den USA war die Arbeitslosenquote beispielsweise zwischen 15 und 25 Prozent. Und es war der größte anzunehmende Glücksfall für die Amerikaner, dass Paul Haber kam. Und plötzlich kamen Rüstungsaufträge rein. Und ich sage das nur einfach, weil man muss einfach nur wissen, wohin das immer wieder läuft. Das läuft immer wieder auf Zerstörung ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa platt, die Amerikaner waren eigentlich auch platt, aber nicht ganz so platt wie wir. Sie konnten plötzlich wieder liefern. Das heißt, wir haben ein System, was auch physisch auf Zusammenbrüche immer wieder aufgelegt ist. Das ist die logische Konsequenz, um im Prinzip die Überkapazitäten abzubauen. Könnte es sein, dass deshalb Vorstände von großen Konzernen so unglaublich hohe Gehälter bekommen, weil ein Gewissen einfach unglaublich teuer ist, teurer als die Arbeit? Denken Sie mal drüber nach. Ich kenne ganz viele Leute, die ganz unmöglich sind. Ich kenne Konzernchefs, vor denen ich solche Vorträge gehalten habe. Ich habe neulich vor einem Verband der Deutschen Lebensversicherung gesprochen. mit meinen Themen. Die waren nicht glücklich. Aber ich fand das toll und ich habe denen das immer wieder gesagt, weil ich greife doch diese Leute nicht an. Die wissen nicht, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Die haben Angst gehabt. Es ist so. Okay. Die nächste Variation wäre, Crash abwarten und danach den Systemwechsel durchführen. Wäre auch eine Maßnahme. Wenn der Crash ist mathematisch berechenbar. Wann er dann genau stattfindet, das ist eine zweite Frage. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo es dann einfach nicht mehr geht und das auch der Dümmste versteht. Ich sage, eigentlich sind die Währungen eh schon, das System ist schon tot, aber es ist noch nicht umgekehrt. Es geht jetzt nur noch darum, die Fallrichtung zu bestimmen, um das Nachfolgemodell zu installieren. Zumindest sieht es momentan so aus. Aber wir möchten im ersten Moment ganz klar auf die sogenannten Politiker, die wir haben, einbieten und wollen ihnen beispielsweise sagen, hier, wir haben ja einen Gesetzesvorschlag. Wir sind die Lobby des Volkes. Lobbyisten, Gesetze durchwinken, seien ihr gewohnt. Wir sind wieder Lobbyist, aber diesmal ist die Lobby das Volk und wir sind Lobbyisten des Volkes und wir möchten gern, dass ihr das nach all der Manier auch mal kurz durchwinkt. Ich möchte das natürlich so machen, denn wir müssen ihnen ja eine Chance geben, denn es kann ja sein, dass wir uns irren, vielleicht sind die ja wirklich gut und vertreten unsere Interessen und ich täusche mich auf ganzer Linie, also muss ich ihnen ja die Chance dazu geben. Meine Erwartungshaltung ist ja weniger optimistisch als gerade klang. Aber ich möchte den Weg einhalten, weil ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass wir in irgendeiner Form mit Gewalt in irgendeiner Form vorgehen, sondern eben halt mit Idealismus im Interesse der Menschen. Und wenn wir es schaffen, die vielen Finanzbeamten, die vielen Politiker, die vielen Menschen, die auch in diesem System unglücklich sind, dran zu hängen, wenn wir es schaffen, die mitzunehmen, wäre das wunderbar. Artikel Grundgesetz möchte ich noch mal ganz kurz Artikel 20 Absatz 4, glaube ich bin gleich fertig. Das Grundgesetz Artikel 20 sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zwei. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Nein. Ich bitte Sie. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetze und Rechten gebunden. Und jetzt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand mit anderer Abhilfe nicht möglich ist. Nun haben wir ein Problem. Dieser Satz ist natürlich nur Makulatur, das muss man auch ganz klar sagen. Denn in einem Rechtsstaat ist ein Widerstand nicht nötig. Und in einem Unrechtsstaat ist er nicht möglich. Und da liegt das große Problem, das wir haben. Denn Stattung zu lernen, mit diesem Dilemma umzugehen und das Dilemma kann sein, nur Ruhe bewahren, weiterhin Überblick verschaffen und weiterhin nach außen die Informationen zu tragen. Wir müssen diesem System aus meiner Sicht Einhalt gebieten. Und ich habe jetzt mit meiner Zeit ungefähr, bin ich jetzt durch, richtig? Und ich möchte nur nicht, frage ich es wahrscheinlich jetzt schwer, aber ich möchte trotzdem nur eines sagen, es gilt darum, dieses System abzuschaffen, denn das, was wir hier sehen, die Vermögensteuer von 400 Milliarden, denken Sie mal darüber nach, wir könnten theoretisch die Steuern komplett abschaffen, wenn wir allein nur diesen Vermögenstransfer abschalten würden. Auch um eines ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, jetzt den Reichen wegzunehmen, es geht nicht um eine Neiddebatte. Auch das ist mir sehr wichtig, die Neiddebatte darf nicht aufkommen, sonst geht es in die falsche Richtung. Und es geht mir darum, dass ich sage, okay, wir haben ja bisher alle mitgespielt und ich habe das hier ja ruhig zugesehen, dass du jedes Jahr deine 50 Einfamilienhäuser als zinsleistungslos bekamst. Aber ab nächstem Jahr ist Schluss damit. Aber du kannst alle behalten. Erstmal. Und dann gehen wir ja ganz langsam in die Neuesten. Wir müssen erst einmal das Problem im Griff bekommen und stoppen an der Stelle, an der wir zur Zeit stehen. Und dann können wir weiterdenken. Und wenn dann plötzlich durch eine einfache Form, die vielleicht als, Rico mag die Begriffbrückentechnologie nicht, aber ich lasse es lieber weg, also zumindest als Einstieg, dass wir sagen, wir gehen in das fließende Geld, gehen in diese bedingungslose Grundeinkommen, Grundeinkommensituation. Wenn einer sagt, bedingungsloses Grundeinkommen rechnet sich nicht, dann hat er natürlich im ersten Impuls recht. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute natürlich auch vom Euro ausgehen. Und da wird es sich nicht rechnen. Da kann es auch nicht funktionieren. Das ist auch mathematisch nicht kalkulierbar. Das Problem ist, dass wir heute in der schnelllebigen Zeit ganz schnell etwas lesen, verstehen und aburteilen. Die meisten springen los, die ich kenne, als Königstiger und landen dann als Bettvorleger. Und das ist intellektuell ein echtes Problem. Das muss weg. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, das ist ein Plan B, das ist eine unserer DVDs. Die haben wir gar nicht hier, weil die ist ausverkauft, aber wir kriegen wieder welche. Aber ich möchte Sie noch auf mein, oder auf das Buch, auf das Hörbuch von meinem Kollegen Rico Halbrecht hinweisen. Und das klingt sehr revolutionär, klingt auch sehr hart. Das Buch heißt Steuerboykott. Aber mit Steuerboykott ist keine Aggressionshaltung gemeint, obwohl wir diesen Begriff ganz bewusst so gewählt haben. Denn ich kann ja sagen, Steuerboykott, ich kann auch sagen, beispielsweise Hochhaus, das ist erst mal nur ein Substantiv. So, und es geht hier nicht darum, Steuern zu verweigern, sondern im Rahmen der sogenannten gesetzlichen Möglichkeiten, die wir hier noch haben, alle Möglichkeiten auszunutzen. Der Niki Peich hat das vorhin deutlich gemacht, und er hat das sehr deutlich gemacht, zum Beispiel auch, in Form von kleinen Wegen, von kurzfristigen Investitionen, von Investitionen zum Beispiel in Nahrung. In Kanada ist es zum Beispiel so, da haben wir einen Freund, der hat zum Beispiel eine Schweizer Käserei, und der hat dann von uns das Geld dafür bekommen, und der macht dann den Käse, und wir wollen keine Zinsen haben, in Form von Geld, sondern einfach den Käse. Und damit fängt es an, und über diese Schienen beispielsweise lassen sich durch kleine Möglichkeiten, und im Steuerberkott ist eine Art Zehn-Punkte-Plan drin, wie kann man vermeiden, das System ohne Kriegsandrohungen, ohne irgendwelche dramatischen Situationen, sondern durch Aufklärung, durch ganz klare Protestieren, durch Protestieren, also es muss protestiert werden, wir müssen auf die Straße, wir müssen es deutlich machen, wir müssen die Kraft haben. Und viele sagen immer, das ist mein Lieblingsbeispiel, da komme ich auch zum Ende, ich bin ja so klein und kann alleine nichts, gegen die tun, weil ich bin ja nun zu klein, und da sage ich immer, wenn Sie eine Nacht mal mit einer Mücke in einem Schlafzimmer im Sommer verbracht haben, dann wissen Sie mal, was ein kleiner primitiver Organismus so alles anrichten kann. Also nehmen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind. Meine Damen und Herren, ich bin einer der Mitgesellschafter für das neue Geld, für die neue Geld-MH, die der Wolfgang Berger vorhin ansprach, und auch ich möchte Sie darauf hinweisen, wir wollen versuchen, den 9.6. zu einem großen Erfolg zu machen, wir können damit, es ist nicht unsere Veranstaltung, sondern unser aller Veranstaltung, wir können gemeinsam etwas auf die Reihe bringen, wir haben ein sehr hohes Risiko als Gesellschaft da eingenommen, das muss man ganz deutlich mal so sagen, indem wir unser Geld dort reingesteckt haben, in einem großen Stil, alles ist gemeinnützig, aber wir brauchen Ihre Hilfe, unser aller Hilfe, dass wir das gemeinsam durch die Ruhe bekommen, auch wir müssen nämlich lernen, vor allem Ruhe reinbringen, das heißt am 9.6. Lust auf neues Geld, ist also nicht negativ, nicht furchtbare, dramatische Situation, sondern tatsächlich eine positive Vision über die Möglichkeiten, wie es laufen kann, im Interesse aller Bürger, die in Deutschland eigentlich nur in Frieden miteinander leben wollen, sämtliche Hautfarben, sämtliche Fragen, Geschlechter und allem drum und dran, und so muss es laufen. Danke, das war es von mir. Prima. Applaus